Musik Manchmal kommen die Leute auf mich zu und sagen, Herr Rabbiner, die Tora ist etwas ganz Besonderes. Aber man kann doch heute im Jahr 2018 in Karlsruhe nicht mehr zu 100% nach der Tora leben. Die Tora verlangt, dass ich am Samstag mein Geschäft schließe, obwohl ich am Wochenende die meisten Kunden habe. Oder zum Beispiel, dass ich jeden Morgen Tfilet anlege. Vor allem im Winter ist das doch kompliziert, wenn der Arbeitstag wird um 8 Uhr beginnt. Und dann erinnere ich mich an eine Geschichte, die am Schabbat vorgelesen wird. Über die Zentspione, welche nach Kinnan gefahren sind, um das Land auszukundschaften und zu bewerten, wie das Land und die Ernte dort sind. Und sie kehrten zurück und sagten, na gut, die Erde dort ist gut und die Ernte auch. Auch, aber die Bewohner des Landes sind so stark, dass wir sind nicht besiegen können. Die Reaktion Gottes daraufhin war, dass die komplette Generation nicht nach Eretz Israel gelangen sollte. Stattdessen starb diese Generation in der Wüste und erst die nächste Generation gelangte nach Eretz Israel. Wenn man liest diese Geschichte, versteht man vielleicht nicht sofort, weshalb Gott sich so aufgeregt hat. Schließlich haben die Spione ja nicht gelügen. Sie sind zurückgekehrt und erzählten lediglich, was sie seien. Was genau hatte Gott erwartet? Sollen sie etwas lügen? Aber, wenn Gott etwas von den Menschen bittet, dann bittet er es gemäß der Fähigkeiten der Menschen. Und sowieso, wenn Gott sagt, dass sie nach Eretz Israel gelangen werden, ist es logisch, dass sie dorthin gelangen werden. Und wenn es dem Menschen als unmöglich erscheint, dann ist es ein Fehler. Dann, wenn es nicht möglich gewesen wäre, hätte Gott dies auch nicht gesagt. Die Menschen müssen nur überlegen, wie sie nach Eretz Israel gelangen können. Die Herangehensweise eines Juden sollte sich grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, wie etwas zu erreichen ist. Und nicht, ob man es schaffen kann und ob es überhaupt möglich ist. Und wenn Gott dir einige Mitzworte auferlegt hat, die etwas schwieriger sind, ist das auch ein Zeichen. Dass du in der Lage bist, diese zu erfüllen und trotzdem im Jahr 2018 entsprechend angemessen leben kannst und auch sonst. Also, statt dem lieben Gott zu erzählen, wie groß unsere Sorgen sind, sollten wir lieber dem Sorgen erzählen, wie groß unser Gott ist. Ich habe nicht gesagt, dass dies einfach ist. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Nimm einen guten Freund oder einen guten Rabbiner, erzähle ihnen deine Probleme und es wird sicherlich eine Lesung finden. Shabbat Shalom.